Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tiere Schlausitz, heute aus dem Tierschutzlingerdorf Gruss-Döbbern. Wir stellen Ihnen heute Helga vor. Helga sucht unbedingt ein neues Zuhause. Hallo Annett, erzähle uns doch etwas über Helga. Ja, die Helga, die wurde bei uns abgegeben, weil die Besitzer wohl keine Zeit und keine Lust mehr für die Katze hatten. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Helga auch nicht ganz gesund ist. Sie musste dann operiert werden, weil sie an Blasensteinen litt. Ich denke mal, dass das den Vorbesitzern auch nicht verborgen geblieben ist, aber sie uns das einfach verschwiegen haben. Die Helga hat die Operation sehr gut überstanden. Sie ist jetzt wieder fit und munter und hat auch wieder ordentlich zugelegt und sucht natürlich jetzt ganz dringend ein neues Zuhause als Wohnungskatze. Also nicht für draußen, sie ist doch nur das drinnen gewöhnt. Also auch selbst bei uns hier, sie sitzt nicht mal am Fenster und guckt raus. Also sie ist eine ganz gemütliche, die eigentlich hier viel auf dem Sessel rumliegt und sich krabbeln lässt. Also kann auch mal ganz lustig sein und dann wie ein wilder Wutz hier über einen Gang flitzen. Aber ansonsten ist sie eine absolute Schmusekatze, total lieb und unkompliziert, also auch sehr ruhig und richtig pflegeleicht. Ganz, ganz nette Katze. Durch ihre Krankheit muss sie da jetzt irgendeine spezielle Nahrung kriegen? Oder wie läuft das? Ja, also es ist so, dass natürlich diese Blasensteine können wiederkommen und um das zu verhindern, braucht die Katze ein Spezialfutter. Das ist aber auch nicht wesentlich teurer, wie wenn man jetzt eine Dose Viskas kauft zum Beispiel. Sie darf halt ausschließlich nur dieses Futter bekommen, bekommt auch momentan noch so homöopathische Tabletten zur Unterstützung der Blasenfunktion. Und die Tierärztin rät, dass man auch regelmäßig den Urin von ihr untersuchen lässt. Also mindestens alle drei Monate sollte eine Probe beim Tierarzt abgegeben werden, einfach um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Damit kann die Helga uralt werden. Wie alt ist sie jetzt? Hatten wir schon drüber gesprochen? Nein, sie ist ungefähr vier Jahre alt und jetzt inzwischen wieder fit und munter und fröhlich, gut beieinander und ganz kuschelig. Ja, sie hat ein Fell wie ein Schinchiller. Okay, vielen Dank, Annett. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, Helga hat zwar ein kleines Problem, aber mit Spezialfutter und ein paar Medikamenten kann sie 100 werden und das hoffentlich bei Ihnen zu Hause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Ramona Engelmann. Vielleicht, sowie bei euch. Vielen Dank.